Um die Lymphe zum Fließen zu bringen, machen wir Wellen mit den Armen. Stelle dich aufrecht und hüftbreit hin. Nimm beide Arme zu einer Seite nach oben. Lass nun beide Arme in einer Wellenbewegung zur anderen Seite schwingen. Es entsteht eine liegende Acht. Dein Gewicht verlagerst du von einem Bein auf das andere. Wiederhole diese Bewegung dreimal je Seite. Nutze jetzt die CuraFlow App und lass uns gemeinsam durchstarten.